Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ja wohl eines der coolsten Flugzeuge, die es gibt. Es braucht überhaupt keinen Platz, um zu starten oder zu landen. Die Person ist ausserordentlich begabt im Machete-Jonglieren. Die Person ist das dumm. Das ist das, jetzt wird es schwierig. Wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ich bin da, wir sind da. Ich bin da, wir sind da. Und auch der Koala quietscht, weil er von seinem Koalakollege vom Baum geschupft wird. Das ist das, wir sind da, wir sind da. Und die Person wird vom Bus angefahren. RATZPENG! Steht auf und geht ins Pub. So, das wär's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tödlüh!